Angeln oder Angelschein in Niedersachsen. In Niedersachsen oder außerhalb von Niedersachsen hast du insgesamt drei gute Möglichkeiten. Und welche das sind, das klären wir in diesem Video. Die erste Option, die du hast, ist das Angeln mit dem Perse oder Angelschein. Welche Gewässer davon betroffen sind und wie das Ganze funktioniert, haben wir dir in der Infobox verlinkt. Die zweite Option, die du hast, ist das Angeln in den Niederlanden. Hier kannst du auch ohne eine Prüfung angeln. Du musst dir einen sogenannten Wispass kaufen, den kannst du online bestellen. Dauert 10 Minuten, kostet ab 30 Euro, also eine ganz tolle Möglichkeit. Wie das Ganze funktioniert, haben wir dir in diesem Video erklärt. Deine dritte Option ist das Angeln und Angelschein in Schleswig-Holstein. Hier kannst du beispielsweise am Meer angeln, ohne eine Prüfung machen zu müssen. Wie das Ganze funktioniert, haben wir dir in diesem Video erklärt. Das sind wirklich drei tolle Möglichkeiten, die du hast, um mit dem Angeln sofort zu starten, ohne eine Prüfung schreiben zu müssen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, schreib einen netten Kommentar, abonnier den Channel und folge uns auf TikTok.